Der Nike Freerun Distance steht für ein natürliches Laufgefühl mit einer unterstützenden Dämpfung. Das funktionelle Highlight ist auch in der zweiten Version die funktionelle Außensohle. Die sogenannten Tri-Stars haben die Möglichkeit, sich in verschiedenen Richtungen auseinanderzudehnen oder zusammenzuziehen. Dadurch entsteht eine flexible Beweglichkeit und eine bessere Druckverteilung. Für ein weiches Abrollen und einen dauerhaften Support sorgt das komfortable Lunalone in der Mittelsohle. Das ist ein großer Vorteil, besonders auf längeren Strecken. Das verwendete Upper besteht aus verschiedenen Mesh-Materialien. Das hat den Vorteil, sie geben dir eine hohe Atmungsaktivität an den Stellen, wo du es besonders benötigst. Im Mittelfußbereich umschließen die Flywire-Fäden deine Füße und geben dir so einen guten Halt. Durch seine Booty-Konstruktion sitzt der Free besonders fußnah und ist somit sehr bequem. Ob als Trainings- oder Wettkampfschuh, der Nike Free Run Distance eignet sich besonders für längere Strecken. Aber auch wenn du in deiner Freizeit oder im Beruf länger auf den Beinen bist, dann ist die zweite Version ein bequemer Begleiter. Du erhältst ihn in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell ihn direkt hier bei uns im Shop unter runnerspoint.com.